Also der Bergführer an sich muss ja schon mal sehr viel Leidenschaft für den Bergsport haben. Mein Name ist Helmut Weidel. Ich bin der Alpinbeauftragte der Bayerischen Polizei und da zuständig für die Aus- und Fortbildung des gesamten Alpinwesens. Also wir haben ungefähr 50 Wochenlehrgänge im Jahr. Also bergaufhin muss man von Haus aus schon sein, also so von klein auf oder bevor man zur Polizei geht. Das heißt, er muss Skifahren können, Skitouren gehen können, aber auch Klettern und Trittsicher sein. Auch im Alpinengelände, Orientierungssinn. Also ein paar Sachen muss er schon mitbringen, weil in der Ausbildung wird das vorausgesetzt. Wir haben jetzt zur Zeit knapp über 50, die schwankt mit Zu- und Abgängen. Aktuell sind sechs weitere in der Ausbildung, die werden nächstes Jahr fertig. Das deckt natürlich nicht die Abgänge, aber wir hoffen, dass doch den einen oder anderen Bergführer, Bergführerin auch nachkommt. Wenn wer Interesse hat, unbedingt melden und wäre froh, wenn der nächste Lehrgang mindestens wieder sechs hat, wenn nicht sogar mehr.